Nicht, dass es einfach wäre, in aller Ruhe die viel zu kleinen Ziele in viel zu weiter Entfernung mit einem Gewehr zu treffen. Das Ganze aber zu bewerkstelligen, nachdem man durch schnelles Laufen den Puls in die Höhe getrieben hat, das ist die Kunst des Biathlons und macht auch dessen Reiz aus. In Mauern war es wieder so weit. Athleten aller Alterskategorie maßen sich im Schießen und Laufen. Und zum Essen gab es auch was. Vielen Dank.